Hallo und herzlich Willkommen zurück bei American Truck Simulator. Ja, heute geht es natürlich weiter mit diesem Spiel. Denn heute möchte ich gerne mit euch das hier machen. Cruising Nebraska. Dazu müssten wir erstmal eine Schnellreise unternehmen und zwar folgendes. Die Lieferungen sollen alle nach Nebraska gehen. Deswegen werde ich hierhin teleportieren nach Wyoming, um da mal die ganzen einzelnen Dinger freizuschalten. In der Hoffnung, dass wir da auch neue Leaf-Rum bekommen. So, angekommen. Kurz mal noch reparieren unseren LKW. Finde ich ganz gut. 3% dauerhafter Verschleiß. Wir wechseln einmal das hier aus. So, 1% Dauerverschleiß. Sehr gut. Ich schau mal kurz rein, ob wir hier noch irgendwas machen können. Also neues Getriebe oder sonst was. Ne, da ist nichts mehr Neues. Sehr gut. Dann bin ich ja zufrieden. So. Ich werde gleich das Ziel setzen, wo wir hinfahren. So möchte ich das nicht. So auch nicht. Nein, 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 nein. Also. Wir sind hier und ich würde gerne nach Larami. Also muss ich doch mit M. Mal gucken. Larami. Ja. Da zuerst hin. Ich muss wohl nicht wo ganz genau hin. Aber ich denke mal, da wo Lieferungen gibt. Äh, da. Oh Gott. Das wird schwierig. Äh. Gibt es hier eine Werkstatt? Ja. Also. Da hin. So. Lass uns loslegen. So. 111 Kilometer. Ja. Wo lang? Route neu berechnen. Da lang. Okay. Also nach rechts. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Boom. Ne. Kein Boom. Sind 100 Kilometer entfernt. Links halten. Und dann links abbiegen. Dann fahren wir da mal hin. Einfach mal ein bisschen erkunden. Biege nach links ab. Ja, wenn es grün ist. Ne? Ich will hier keine Minus veranstalten. Die Folge erkunden wir erstmal nur. Mal gucken, ob das schon ausreicht. Oder ob ich, äh, ja. Ich mach einfach mal. Ähm. 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 Ist sehr musiklos hier heute. Einfach mal das starten. So. Das ist nicht so langweilig. unterwegs. So. Jetzt kannst du mal langsam grün werden. Na los, mein Freund. Werde grün. oder ich muss über rot fahren. Was ist das denn? Ähm. Was denn das? Ähm. Ein komischer Pkw. Ach so. So ein Pkw ist das. Okay. Wie geht das so komisch aus? Ja. Wie geht das so komisch aus? Ja. So. Ja. Die 90 Kilometer oder 100 Watt sind, äh, gehen ja schnell und fix. Ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler, dass ich da einfach hinfahre, um zu entdecken. Vielleicht mache ich das hier auch jetzt alles umsonst. Und das wird doch dieser Auftrag angezeigt. Wenn ich nur einfach dahin teleportiere, ne? In der Nähe. Normalerweise ist das so. Ich sag mal, bist du Lost? Dieser Uhrensohn. Ne? Dieser Uhrensohn. Kurz mal gucken hier. Äh. Überhaupt automatisch gespeichert mal? Nö. Irgendwie nicht. Also heute nicht. Shit. Äh. 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 Ja. Super. Danke Spiel. Du gönst mich auch, gönst mir auch gar nichts, ne? Nicht rechnen. Jetzt hast du mir raten. Jetzt muss ich nochmal neu fahren. Erstmal wieder reparieren, weil da irgend so ein Vollhaus dumm war. Ah. War teuer. Ich bin schon angekommen, ne? Bin ich überhaupt. Na toll. Jetzt bin ich wieder zurück am Anfang. Okay. Ich blende wieder ein, wenn ich da bin. Okay. Bin fast da. Also blende ich jetzt schon ein. Und ja, hab wieder Scham bekommen, weil die AKIs so schlau sind, mir einfach mal, äh, einer reinzuwirken. Gott sei Dank nur zwei Prozent Schaden. Die Schweine. Ja. Von rechts. Ja. Und dann ausfahrt rechts. Äh. Ja. Das ist noch weithin. Also Navi. Gehst du mir völlig auf den Knüffel? Knüffel. Nimm die Auswahl rechts. Was jetzt schon? Ja, doch. Jetzt schon. Okay. Gut. Wir sind gleich da. Biegen nach rechts ab. Äh. Der erste neue Stadt. Sehr gut. Einfach mal da reingrätschen. Links halten und dann links abbiegen. Okay. Okay. Ich fahre jetzt über Rot. Das ist mir jetzt, äh, erstmal links ab. Weil... Das Spiel lässt mir... Was? Also... Das Spiel lässt mir ja keine andere Mal, ne? Und dann links abbiegen. Ja, 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 ja. So. Wir sind da. Wie gehen nach links ab? Ja, ja, ja. Beruhig dich doch mal. So. Jetzt, äh, erstmal haiern hier. Ausruhen. Bei den Typen hier. Ja, wird wieder dunkel sein. Ist mir aber eigentlich Mumpitz. So. Dann schaue ich mal kurz. Neue Aufträge verfügbar ist nach Nebraska. Natürlich nicht. Hauptsache da. Irgendwo hinten oder wie. Warte mal. Hier. Von hier aus nach Nebraska. Ich schon mal. Ne. Das ist Kansas. Nein. 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 Das Spiel macht nicht verrückt. Äh. Nein. Einfach nur durch Nebraska. Und soll ja nach... nach Nebraska. Und nicht durch Nebraska. Meine Güte. Wie kann das so schwer sein? Lieferung zu finden, die nach Nebraska gehen. Oder kann ich auch das nehmen? Durch Nebraska. Aber es soll ja nach Nebraska geliefert werden. Äh. wird schwierig, da was zu finden. Also ähm. Fahren wir mal in die nächste Stadt. Kaspar. Mal gucken. nach Nebraska. Mal raus hier. Da. Da ist Kaspar. Direkt in der Nähe. Kaspar. Äh. Äh. Gibt's da... ne Werkstatt? Nö. Keine Werkstatt. Setz dich einfach mal dieses Ziel hier rein. So. Was ist noch länger? Auf geht's. Schon ein bisschen fies, ne? Schon ein bisschen fies. Wenn ihr mich fragt... Wiege nach rechts ab. Man sieht ja auch nix. Links halten. Und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. Äh. Kurs dich. Rechts halten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. 162 Kilometer. Was soll die Scheiße jetzt? Immer geradeaus. Äh. Ich glaube, das werde ich für euch überspringen, ne? Und dann links abbiegen. Mich einfach melden, wenn ich da bin, oder? Ich glaube, das wäre das Beste. Wiege nach links ab. Und äh. Ja, genau. Sonst baue ich hier nur Mist. Also melde ich mich, wenn ich angekommen bin. Wege nach rechts ab. So, wiege nach rechts ab. Gleich sind wir da. Ein kurzer Moment. gleich sind wir bei ein kasper nicht der geist sondern einfach nur die stadt bitte rechts halten immer geradeaus links halten und dann links abbiegen wenn der mir mal lässt die nach links ab wird dann warten aufgründen jetzt das grün sehr gut jetzt kümmerung also mit denen hier zu viel gesoffen oder was so dann vorbei so demnächst rechts abbiegen dann sind wir schon da rechts abbiegen und dass ich auch das gebiet habe man kann eigentlich direkt hier schauen wo hier die aufträge hingehen 1000 ja klar da haben wir was ja nice 276 kilometer ist perfekt zwar wenig geld aber besser als nix diesen auftrag machen wir auf jeden fall und ja und dann war es das auch schon wieder weil die fahrt kann ein bisschen dauern wir versuchen keine ampel mehr zu überfahren wird schwierig aber ist machbar so wenig ausgaben wie möglich zeit zu gehen so diesen auftrag machen wir jetzt fertig das ist schon wieder abgeschmert motor schnell abgeschnürt so dann fahren wir ganz gemütlich diesen einsatz fahrt für den ersten auftrag nach nebraska links abbiegen auf jeden fall 276 kilometer entfernt und dann links abbiegen und dann links abbiegen ja ich hoffe biege nach links ab ja meinst du was ich hier mache so sehr gut dann wünsche ich euch eine gute unterhaltung eine gute fahrt mit mir den dieselchen links halten und dann links abbiegen ja wenn grün ist vorausgesetzt es ist grün es ist rot also halten wir arschloch jetzt kann ich wo durchfahren so also ich war über der linie und der finger an hier gleich geld abzuziehen das ist frech das ist sehr frech das ist sehr frech so ziemlich frech immer auf nach nebraska ich freue mich sehr ich freue mich sehr ich hoffe es zählt auch was halten und dann links abbiegen was mit den biege nach links ab ja erst wenn grün ist vorher nö so lange rot ist bleibe ich stehen das ist schon bei 18 minuten ich sag's nur machen nur diesen einen auftrag fertig gucken ob der zählt und wenn er zählt wenn er steht eins von zwölf dann wissen wir ganz genau wir haben es richtig gemacht man muss die gebiete erkunden und dann kriegen wir auch die aufträge die wir brauchen das sehr gut und ich versuche so gut wie ich kann nirgendwo rein zu dreschen rechts halten und rechts abbiegen und werde aber nicht auf geschwindigkeit achten weil das ist mir relativ egal wir wollen schließlich schnell ankommen und nicht langsam durchgehend 80 fahren ja komm komm ab was habe ich damals bei euro truck simulatoren macht bis wie langweilig das war 3000 kilometer zu fahren und das vier stunden am tag oder länger mein kopf war bräse ich danach ich hatte dann irgendwann keinen bock mehr habt deswegen scheiße ich auf die geschwindigkeit und sie einfach durch diese lahmarschigkeit nie wieder nie wieder nach diesen schildern gehen nie wieder schildern 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Blatt ja stehend Prozent Prozent Und ich werde hier bestimmt nicht wieder ein Of Sargasmen machen! Das konnt ihr vergessen! Das ist voll langweilig! Nein. Denn jeder könnte je nachmachen! Selbst du könntest seine Stimme verstellen! Man muss nur wissen, wie! Oh, nicht doch! Ich wollte nur ATR spielen! Und nicht den besten Heideklaus draus machen! Interessiert doch eh keinen hier! Es sind zu viele YouTuber unterwegs! Und jetzt muss ich auch noch anhalten! Oh nein! Okay! Auf der linken Spur! Immer geradeaus! Aha! Und darauf! Aha! Und darin! Aha! Neue Route finden! Vielen Dank für Ihre Kooperation! Gute Fahrt! Ja! Ich danke Ihnen auch für das Anhalten, du Arsch! So! Biege nach links ab! Ja! Es ist grün! Sehr gut! Kommt mit Leichtigkeit rum! Sehr schön! Also dieses Spiel ohne Lenkrad ist unvoll denkbar! Rechts abbiegen! Und dann bleiben Sie immer geradeaus! Das ist grün! Ich darf durch! Sehr gut! Hallo Busfahrer! Immer geradeaus! Wie geht's Ihnen? So! Noch 120 Kilometer! So in den Dreh! Okay! Sind noch Klappe Bulle! So! Das schaffen wir auch noch! Und dann war's das mit dieser Folge! Ich bedanke mich schon mal voraus, dass ihr eingeschalten habt und genauso spannend fandet wie ich hier diese Fahrten! Natürlich gerne wieder weiter mit die Nebraska Aufgaben morgen natürlich! Mal gucken wie viel wir morgen schaffen! Wird dann wieder länger gehen in die Folge dann! Außer heute! Heute ist mal ausnahmsweise kürzer! Morgen geht's wieder länger los! Ich denke mal! Ja! Ist akzeptabel! Also ich möchte schon erstmal ne Nebraska Dingsda Event fertig haben! Und dann können wir uns weiterhin darauf konzentrieren! Auf Garagen! Auf neue LKWs, die beim Gebrauchzentren kaufen! Neue Leute, die wir einstellen können mit besseren Bewertungen! Alles! Einmal nur alles! Man muss glaube ich auch alles freifahren! Also sehr viel erkunden um alles zu bekommen an Lieferungen die man haben möchte! Glaube ich zumindest! Ich weiß! Dass das so ist! Sicher bin ich mir da nicht! Aber ich denke mal dass das so sein soll! Ja! 60 Kilometer noch und dann haben wir es geschafft! Dann sind wir für heute durch! Ja! Gegenverkehr! Rüber! 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 Sehr gut! Sehr schön! Wir sind sehr schnell unterwegs! 144! Also 140 schafft er! Bergab natürlich ein bisschen mehr! Ja! Oh! Okay! Ist äh... Okay! Oh! Ich dachte jetzt! Ich dachte jetzt kommt hier ein Gegenverkehr! Oh! Alter! Rechts halten! Und dann rechts abbiegen! Ja! Rechts halten und rechts abbiegen! Mhm! Biegen nach rechts ab! Unser erster Aufenthaltsort! Chatron! Hm! Chatron! Demnächst links abbiegen! Ja! Bleib doch mal ernst! Ruhig, Navi! Ich bin auch nur ein Mensch! Biegen nach links ab! Hätte ich da rauf fahren können? Und abgehen? Ich glaube ja, ne? Ja mal kurz! Links halten und dann links abbiegen! Erkundet und rum! Biegen nach links ab! Ja, ich muss erstmal die Einfahrt suchen! Hier! Nochmal geradeaus und dann links! Am Ende links, um der Ecke stehens! Genau so machen wir es! Ich brauche hier nicht mehr blinken! Geil! Hat sie ausgeblinkt! Sehr gut! Es ist vorbei! 30-minütige Folge! Nice! Ausgezeichnet! Sehr gut! Was? So wenig XP? Gib mir mehr! Wir können skillen! Und zwar das hier nicht mehr! Das hebe ich zum Schluss auf! Ich glaube ich werde es überhaupt nicht skillen! Aber ich bin mir noch nicht so ganz so sicher! Auf jeden Fall noch einmal auf hochwertige Fracht! So! Und dann schauen wir mal für morgen die nächste Folge! Was wir jetzt noch in Nebraska fahren können! Ich schau mal kurz! Hier! Da wäre wir eins! Perfekt! 371! Jetzt schauen wir mal hier! Oh! Geil! Sonst waren es nur 934! Aber es gibt auch gut Geld! Aber wir wollen ja die kurzen Sachen nehmen! Nach Nebraska! Aber ich schau mal gleich ob das überhaupt gezählt hat! Das ist auch sehr wichtig! Nach Vyom nach hier! Chadron wieder! 283! 271! Okay! Gut! So! Dann schauen wir mal! Hat es gezählt? Nein! Überhaupt nicht! Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach! Externe Aufträge! Oh! Ich bin so doof! Das müssen externe Aufträge sein! Ah! Nein! Nein! Das war ja richtig dumm! Ja! Natürlich! Ihr wollt mich doch veräppeln! Moment! Nochmal neu! Es müssen externe Aufträge sein! Okay! Äh! Äh! Das ist natürlich ein bisschen blöd! Äh! 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 Gehen wir mal weiter nach hinten! Okay! Ich denke mal in Nebraska kann man auch innerhalb der... Ne? Warte mal! Schadrone! Ja! Alles Schadrone! Vielleicht reicht das ja auch aus! Aber es müssen 100 Kilometer sein! Mindestens! Ähm! Ja! Okay! Dann machen wir morgen weiter! Auf jeden Fall! Ich hoffe nur, dass wir was finden, was nach Nebraska geht oder hier innerhalb des Bereichs Nebraska. Ich denke mal innerhalb des Bereiches geht auch, aber es müssen mindestens 100 Kilometer sein! Äh! Ja! Mh! Wird schwierig! Hier zum Beispiel! Das würde gehen! Aber ich weiß nicht, ob es innerhalb der Stadt auch geht! Da habe ich keine Ahnung! Weiß ich nicht! Gut! Dann schauen wir morgen uns in die Stadt! Was weiter? Äh! Dings an hier! Okay! Äh! Luftfilter! Aha! Ah! Mehr Benzin! Mh! 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 dalassen für weitere Unterstützung auf meinem Kanal. Schau mit Frau, Schimmel, euer Diesichen. Tschüss!